Es hat geschneit. Ich habe dir noch erzählt von einem Leica-Store, in dem Andrea gestern war. Und das ist der Leica-Store, guck einmal, und hier, und das ist der Michael Friegl und hinter ihm, neben Elvis, ist Andrea im Bade. Das muss man schon mal gesehen haben. Guck, schau mal da, da siehst du es noch mal besser, ja, ist ja nicht zu glauben, oder? Hängt sie da neben Elvis? Was ich dir aber eigentlich erzählen wollte, ist über die Firma Ulanzi. Ulanzi, schau mal, die stellen ganz tolle Sachen her. Die findest du im Internet unter Ulanzi. Und da gibt es Zubehör für die Kamera. Zum Beispiel eben etwas, so etwas, ja. Das ist ein Teil, da kannst du die Videokamera da vorne hineinschieben. Und hast hier einen Auslöser, der ist mit Bluetooth gekoppelt mit dem Handy. Ist wirklich ganz toll. Auf einmal hat man das Teil dann wirklich gut in der Hand. Ja, hier ist dann die Kamera. Hat man das Teil gut in der Hand. Also, kann man sich mal anschauen, ja. Also dann, bis bald, ciao, Grüße an Inge und die Kinder und so weiter, ja.